Unsere Experten, Insider und die Redaktion sind heute in Hoffenheim und helfen beim Geld verprassen mit Kick-Base-Blick. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider und alles was ich brauche sind meine 99 Hoffenheimer. Kessem am Mike, klick mal auf Like. Bist du der Babo? Klick mal auf... Teil 1, Rückblick. Hoffenheim ging mit einem guten Endspeed aus der Saison. 6-0-Rutsche gegen Darmstadt und das Saisonfinale. Eine heiße Nummer gegen die Bayern. 4-2 da im Saisonfinale. Und tabellarisch war man dann auf Platz 7 und durch den DFB-Pokalsieg von Bayer Leverkusen sogar direkt in die Europa League. Und Europa League-like waren auch die Stats. Wir fangen mal an mit der offensiven Spielweise. Schienenspieler schieben so hoch, zu einem 3-2-5 sogar schon, um die Kette des Gegners auseinander zu ziehen. Und dann war freie Bahn für die Kreativspieler. Die konnten sich dann ganz genau aussuchen, wo stecke ich den Schnittstellenpass hin. Vorneweg natürlich Kramaric. Und 62 Stück wurden da angebracht. Schnittstellenpässe. Platz 5 der Liga. Ja, die Offensive war dann viel über den Flügel unterwegs. Und hier passierte aber auch gerne mal ein Ballverlust. Und dann ging es nämlich ganz schnell in die andere Richtung. Und hier hat man nämlich den Gegner dann zur Grundlinie oft marschieren lassen. Der hat dann geflankt. 697 Flanken gegen Hoffenheim. Das waren die drittmeisten. Und das war eine ganz schön hohe Anzahl. Wir haben da gerade die Zuordnung und die Raumorientierung der Halb-IVs ausgemacht. Die lief dann nicht immer perfekt. War auch unter anderem ein Faktor für die 66 Gegentore. Die 6 meisten der Liga. Warum steht Hoffenheim jetzt so weit oben? Das erzähle ich euch auch nochmal ganz kurz. Gerade gegen schwächere Gegner hat man da dieses Mittel gewählt, um dann auch Balldominanz auszuüben. Overall hatte man hier auch immerhin 49%. Das war noch 7. Platz. Also eigentlich auch ein relativ guter Stat. In der Kombination natürlich mit dem super Konter- und Umschaltspiel. Das hat Materazzo perfektioniert in Hoffenheim. Und hier hat er auch absolute Top-Spieler seines Gebiets. Und da fangen wir mal an mit den Balleroberungen. 357 Stück. Das waren die meisten in der Liga. Und vorneweg, ich darf da schon mal herzlichen Glückwunsch sagen an alle Leute, alle Manager, die hier Anton Stach verpflichtet haben. Er ist der Balleroberer. Er ist da auch ganz weit oben im Ranking. Dazu nachher auch nochmal mehr. Was haben wir dann? Also wir haben auf jeden Fall schon mal den Balleroberer. Und dann geht es ganz schnell nach vorne. 36 Abschlüsse nach Kontern. Das ist ligaweit die 2 auch ein absoluter Superwert hier. Und ja, da haben die Hoffenheimer wirklich gezeigt, der Liga, wie man hier richtig umschaltet und wie man richtig zu Konter-Toren auch kommt. Denn da haben sie auch 9 erzielt. Die bringe ich hier auch noch kurz an auf der Tonspur. Das ist ein absoluter Elite-Wert. Und ihr könnt euch schon das ausrechnen, hier jeder vierter Konter sitzt und wird belohnt mit einem Treffer. Und ihr seht den hier schon im Bild. Maxi Bayer, ja, der ist hier noch im Rückblick. Der hat nämlich von den neuen Konter-Toren alleine 5 gemacht. Und er hat die meist mit Harry Kane damit verzeichnet. Er wird wahrscheinlich gehen. Und das schauen wir uns direkt mal an in Teil 2. Teil 2. Ja, die Kader-Analyse. Und wir gehen mal rein. Also ein Mann überstrahlt hier natürlich alles. Aber zu dem kommen wir dann nochmal später. Der erste richtige Neuzugang, das ist Alexander Prast. Der kommt hier vom Sturm Graz. 23 Jahre jung und 12 Millionen Ablöse soll man hier wohl gezahlt haben. Österreichischer Nationalspieler hat da auch 164 Minuten gesehen. Jetzt hier ganz frisch von der EM. Er ist Linksfuß, er kann Links eigentlich alles bespielen. Also er ist aber wahrscheinlich linker Wingback. Dafür erwarten ihn jetzt erstmal alle auf der Hoffenheimer linken Seite. Und auf der Heatmap habe ich gesehen, der ist da ganz flexibel. Also der kann auch nach vorne ziehen, der kann auch in die Mitte ziehen. Also so ein ähnliches Spielerprofil wie Arne Engels von FC Augsburg. Er kann sogar auch nach rechts mal marschieren. Das wäre auch nochmal so eine Variable, die er in seinem Spiel trägt. Man reagiert hier auf jeden Fall auf den Juracek-Ausfall. Der hat einen Unterarmbruch und ist erstmal nicht beim Team. Seine Stärke ist auf jeden Fall das Balltreiben, gerade im Aufbau und der Umschaltsituation. Deswegen passt er auch perfekt in dieses Umschaltspiel von Materazzo. Ein Dribbling verfügt über einen guten Schuss auch und Defensivarbeit. Gegen Flügelspieler haben wir einen super Stat angebracht hier. Da gehört er zu den 1% Top auf dieser Position in der Defensivarbeit. Also das ist auch ein richtig, richtig guter Wert. Und wenn der sich schnell einfindet, dann ist das hier eine Riesenaufwertung für die Hoffenheimer und besonders für die linke Seite. Man muss aber auch an der Stelle sagen, das ist bisher der einzige nennenswerte Transfer. Denn ansonsten ist hier einiges los, gerade in Hoffenheim. Ich gucke da in Richtung Geschäftsführung und sportliche Leitung, die sich gerade komplett umstrukturiert. Da wird sich gerade von drei GFs getrennt, darunter nach elf Jahren Alexander Rosen. Er ist eine echte Hoffenheimer Legende, denn der hat quasi auch den Klub mit etabliert in der Bundesliga. Und die Interimsvorsitzende Simone Engelhardt hat hier gesagt, unterschiedliche Auffassungen über die künftige Ausrichtung. Das sind die Worte und Fakt ist auf jeden Fall, dass Materazzo hier noch Personal benötigt. Und das gehen wir mal durch. Wir sind hier erstmal noch auf der chronologischen Seite. Brun Larsen kommt aus der Premier League zurück. Leihende hier. FC Burnley hat da ein bisschen Premier League Luft geschnuppert. Gerade in der Rückrunde kam er da öfter zum Einsatz und hat auch sechs Treffer auf sein Konto verbucht. Gut, dann kommt noch Justwan, Leihende in Darmstadt. Ja, ich finde den richtig gut, aber der hat halt auch bei Darmstadt gespielt. Zwei Tore, zwei Assists haben wir da aufgenommen. Aber es ist halt auch Darmstadt. Vielleicht bekommt er nochmal eine Chance. Irgendwie war das da, hat er irgendwie auch noch nicht so richtig sein, sein richtiges Pulver da zum Schießen gebracht. War super stark in Paderborn, aber wir müssen sehen, wie es jetzt erstmal mit ihm weitergeht. Und dann haben wir natürlich hier auf der Abgangsseite eine heiße Aktie. Wir haben ihn nochmal mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Maxi Bayer, er macht den nächsten Schritt. Er geht zum BVB. So heißt es, die Klubs sollen sich schon einig sein. Eine Ablöse steht hier im Raum von 25 Millionen. Ja, das ist natürlich ein riesen Schachzug, dem man hier geht. Ein riesen Verlust natürlich. Dortmund reagiert auf den Füllkrug-Transfer. Dazu dann mehr im Dortmund-Check in der nächsten Woche. Ja, also was man hier gemacht hat, ist eigentlich Wahnsinn. Er spielt seit der U17 in Hoffenheim und wurde dann mal ausgeliehen nach Hannover. Ja, und kommt jetzt hier zurück und hat dann letzte Saison einfach seinen Durchbruch geschafft. Er war dann auch im Nazio-Kader bei der EM dabei und Marktwert ist auch komplett explodiert. Laut Transfermarkt 30 Millionen Euro. Also das ist schon wirklich ganz schön krass. Und jetzt gehen hier aber auch noch John Anthony Brooks, der geht, den zieht es weg. Und auch Wout Weghorst hat sein Leihende. Ja, also hier große Not auf jeden Fall auf der Innenverteidiger-Position. Gerade auch im Hinblick auf Osan Kabak mit Kreuzbandriss. Und jetzt wurde hier eine Sache gemacht von Pellegrino da, aber auch nochmal mehr bei den Gewinnern der Vorbereitung. Ja, Stach wurde umfunktioniert jetzt erstmal zum IV, aber dazu dann gleich mehr. Mehr, aber die IV ist damit sehr dünn besetzt. Wir haben Anton Stach gerade genannt. Drechsler, das Talent ist natürlich hier noch anzufügen. Akpuguma ist auch da. Nsoki ist auch gerade verletzt. Und Brooks, haben wir gerade gesagt, ist weg. Also hier fehlt auf jeden Fall noch ein Halb-IV. Auf jeden Fall, der muss noch kommen. Wie wäre es denn mit Amil-Bella-Kotschab? Der ist 22, Southampton war jetzt ausgeliehen. Nach Eindhoven hat da aber irgendwie auch nicht so richtig Fuß gefasst. Hatte da eine Schulterverletzung, kam davon auch irgendwie nie richtig zurück. Gehörte immerhin nochmal zum Kader, aber war dann auch oft ohne Einsatz. Wir haben aber auch nochmal Felix Udo-Kai genannt. Hatten wir auch schon in der Augsburg-Analyse angebracht. Der möchte weg aus Augsburg. Europa League klingt dann aber wahrscheinlich auch doch ein bisschen spannender. Und der könnte auch kommen. 26, Marktwert hier 7 Millionen. Noch ein bisschen günstiger, untere Schublade von Bela Kotschab. Und für den Sturm, ja, Berischak hier zurück nach seinem Kreuzbandriss. Er könnte es erstmal vorne richten. Ansonsten natürlich, wenn jetzt Maxi Bayer wegbricht, dann muss hier auch nochmal jemand nachgelegt werden. Ja, hier könnte aber auch nochmal ein Talent rauskommen. Dazu gleich nochmal mehr im Talentschuppen. Nee, komm, wir machen den Talentschuppen hier direkt mal auf, komm. Max Mörstedt spielt seit der U17 in Hoffenheim. Er könnte jetzt sich ins Rampenlicht stellen. Gerade wenn jetzt kein neuer Stürmer kommt, dann hat er eigentlich nur noch Berischer vor sich. Und dann wäre eigentlich die Bühne frei. 1,90 bringt er mit. Er ist U17-Weltmeister. Der könnte wirklich den nächsten Step hier gehen. Und Fadi prognostiziert hier aus dem Gamechanger-Podcast 5 bis 8 Tore, wenn der hier auf seine Einsätze kommt. Das finde ich gar nicht so weit hergeholt. Fadi's Favorite bringe ich auch noch schnell mit. Das ist Thiago Poller. Den haben wir jetzt aber hier nicht mit Bild versehen. Aber auch er könnte noch relevant werden diese Saison. Max Mörstedt auf jeden Fall eine ganz heiße Aktie. Und ganz heiß ist auch dieser Mann hier. Tim Drechsler, 19, IV. Deutsche U19 zockt er auch gerade. Und Materazzo hat auch mit ihm schon letzte Saison quasi angefangen, ihm erste Startelf-Einsätze zu schenken. Aber weitere Spieler sind hier auch noch im Aufgebot der Hoffenheimer. Also U19-Nationalspieler haben wir auch noch mit Bischof. Wir haben Tohumcu. Die sind beide 19. Auch die sind flexibel im zentralen Mittelfeld einsetzbar. Das heißt, also Hoffenheim verfügt hier wirklich über eine ganz ordentliche U-Nazio-Reihe. Ähnlich wie gestern unsere Kollegen aus Wolfsburg. Wird ganz spannend sein, wer hier den Durchbruch schafft. Auf jeden Fall, wenn mal Max Mörstedt und auch Drechsler. Drechsler vielleicht sogar direkt schon zum Saisonbeginn. Dann haben wir mal ganz, ganz gelb, ganz hell gemarkert hier. Und was wir auch gemarkert haben, das ist der Trainer, Materazzo. Wir schauen ihn uns an. Teil 3, Trainer und Vorbereitung. Pelegrino, Materazzo. Er bringt den 3-2er-Aufbau ins Spiel. Das sind dann drei IVs und zwei Zentrumspieler zum Absichern. Und fünf offensive Jungs, die versuchen dann, die gegnerischen Reihen durcheinander zu werbeln und suchen den Schnittstellenpass, wie wir ihn auch hatten, im Rückblick. Und Materazzo hat perfekt installiert die Konter- und Umschaltfalle dazu ins Spiel. Hat da die Jungs super ausgebildet mit super Balleroberungen. Gerade vorneweg natürlich Anton Stach hier auch zu nennen. Ja, man schnappt dann echt gut zu und dann wird umgeschaltet. Wie die Feuerwehr geht es nach vorne. Auch den Kontermodus und die Konter-Tore haben wir auch alle angebracht. Da ist man wirklich ligaweit absolute Spitze. Wichtig ist jetzt aber die Balance. Das habe ich hier auch noch mal ganz fett auf dem Zettel. Weil 66 Tore hat man geschossen, aber auch 66 Gegentore hat man sich gefangen. Und in allen Key-Werten, gerade so zugelassene Eintritte und zugelassene progressiven Pässe, da ist man unter den vier anfälligsten Mannschaften der Liga gewesen. Deswegen wird hier einfach super wichtig sein, dass man Materazzo, seine IVs, die werden wirklich sehr, sehr benötigt, dass man ihm die zuspricht und dass man die schnell ins Team holt, um dann auch die Mechanismen einzustudieren. Und wir gucken uns mal an, was bisher einstudiert wurde im Testspiel-Check. Und zwar war Grelic, der war bei der Nazio mit Österreich und dadurch war jetzt der IV-Spot offen. Und wir haben ihn ja auch schon angezählt. Das ist Anton Stach. Der ist ja nämlich in den Testspielen mal auf die IV-Position gerückt. Prädikat Weltklasse, kann man hier Pellegrino Materazzo zitieren. Dem gefiel das wohl richtig gut. Und ja, könnte gut sein, dass Anton Stach auf dieser IV-Position bleibt. Und dann ist er für mich in allen Manager-Spielen ein absoluter Cheat-Code, denn er ist jetzt schon über Overall eine absolute Defensivmaschine. Das zeige ich euch nachher nochmal in den Stats. Wahnsinn. Und wenn er jetzt sogar noch als IV spielt, dann hat er ja noch viel mehr Defensivaktionen. Plus er ist dann nochmal im Spielaufbau ganz anders involviert. Wird jetzt spannend zu sehen sein, wenn Grelic jetzt zurückkehrt, wie da gespielt wird, ob sie zurücktauschen, ob Grelic dann in IV geht. Wir vermuten es aktuell nicht, weil jetzt auch in den Testspielen, wie gesagt, so vorgegangen wurde. Und deswegen könnte gut sein, dass Grelic jetzt wieder in seine gewohnte zentrale Mittelfeldposition wieder einrückt. Ja, auf jeden Fall Gewinner haben wir mal notiert. Anton Stach und Max Mörstedt will ich auch anbringen aufgrund der raren Offensivpositionen. Die Stürmer sind gerade rar gesät in Hoffenheim. Deswegen, er könnte auch gut zum Zuge kommen. Verlierer müssen wir natürlich ihn nennen. Das ist Jurajek. Der hat sich den Unterarm gebrochen gegen Norwich City und fällt jetzt erstmal wochenlang aus. Und damit schauen wir uns mal an die Top 11. Wie stellt sich die auf? Teil 4, Top 11. Okay, let's go. Und damit gehen wir rein. Die Formation, das ist 3-5-2 wird gespielt, respektive 3-4-2-1 mit zwei hängenden Spitzen. Je nach Spielsituation kann sich das hier aber auch noch variieren. Aber das ist jetzt erstmal unsere erste Line-Up. So gehen wir es durch. Baumann ist im Tor 100% natürlich gesetzt. War jetzt auch bei der Nazio. Hat da jetzt mal den Ausflug gemacht. Dann haben wir die Abwehr. Generell unklar ist hier, was noch passiert. Deswegen, wir wollen auch die Testspiele nicht zu hoch anrechnen. Deswegen ist hier noch generell viel offen, weil wir hier auch noch mit Neuzugängen rechnen. Wir haben auf jeden Fall schon mal den Anton Stach, haben wir mal auf IV aktuell gesetzt. Das sehen wir 90% safe. Könnte aber auch in DM, also könnte auch ins Defensiv-Mittelfeld rücken. Er ist aber zu 90% auf jeden Fall safe. Egal da auf welcher Position. Aufgrund des Interviews und der Testspiel-Eindrücke denken wir, dass er jetzt erstmal in die IV rückt. Dann haben wir Drexler, der scheint aktuell auch gesetzt zu sein. Aufgrund der Personalsituation, den sehen wir rechts von Anton Stach und linker IV. Hier müsste jetzt noch jemand kommen. Kabak ist aktuell verletzt. Den sehen wir sonst auf der rechten IV-Position mit Kreuzbandriss. Rückt der gerade raus. Der ist aber sonst eigentlich auch, sollte in der Top 11 eigentlich auch gesetzt sein. Er IV, dann könnte Drexler auch linker IV machen. Und ich habe hier gerade mal rüber geschielt. Und die Kollegen aus der Redaktion, die haben hier schon den Amel-Bella-Kotschab-Artikel gerade released. Also passt hier gerade, weil ich in der Abwehr bin. Amel-Bella-Kotschab, ich blende ihn hier nochmal ein. Er könnte wirklich kommen. Wäre ein starker Mann. Da arbeiten sie wohl gerade mit Hochdruck an ihm als neue Abwehroption. So, wir gehen mal weiter. Zu nennen ist natürlich auch noch Akpoguma. 30%. Der könnte hier auch noch dazu stoßen. Aber mit dem rechnen wir erstmal nicht. Aufgrund seiner Leistung, die jetzt auch nicht super 100% überzeugt haben. Nzoki ist aktuell auch verletzt. Also hier sind wirklich echt einige Baustellen. Deswegen wäre jetzt wichtig, wenn da jemand kommt. Wir gehen mal auf die Schiene. Da sind wir Kadarajabek, Kadarazuzi. 100% rechter Außenverteidiger. Dann haben wir die linke Seite. Da machen sie Platz aktuell für den Neuzugang. Das ist Pras. Der wird da auch gesetzt sein. Da bin ich ganz gespannt auf seine ersten Eindrücke. Juracek. Also wir sehen Pras 90%. Juracek 50%, wenn der fit ist. Der muss sich erstmal hinten anstellen. Ein Bülter wäre auch immer noch eine Option. Aber auch er ist erstmal Backup auf der Schiene. Da haben wir länger nichts mehr gesehen. Wir geben ihm mal 40%. Zentrales Mittelfeld. Da haben wir Grilic auf der halblinken Position. Den sehen wir 100% gesetzt. Der macht das richtig gut. Der hat letzte Saison auch richtig viele Rohpunkte gesammelt. Auch ein super Kickbase-Spieler. Und ja, theoretisch könnt ihr halt auch tauschen mit der Position von Anton Stach. Wir müssen uns jetzt erstmal abwarten. Morgen wird auch wieder gespielt. Ich meine gegen Fulham. Und das stimmt. FC Fulham ist es. Ja, dann haben wir zentrale Mittelfeldposition. Neben Grilic haben wir Prömel. Den sehen wir auch da. Sehr heiß. Der wird 90% wert der Staaten. Hat auch sehr viel gespielt in der letzten Saison. Also ist da kaum wegzudenken. Tomcu geben wir 40%. Bischof 30%. Ja, das sind auf jeden Fall starke Talente. Die hier auch immer mal Einsatzzeit klauen könnten von Prömel. Und ja, die je nach Gegner auch mal reinrutschen könnten in die Startelf. Bei Tomcu ist Matarazzo. Hat er letzte Saison ihn auch schon immer gern mal reingeworfen. Deswegen, er ist auf jeden Fall nah dran. Und Bischof sieht da eher wenige Einsätze. Der hat eher diesen Offensiv-Spirit. Ist da eher der 1-1-Eins-Einsatz für Kramaric. Auf den wir auch gleich kommen. Deswegen ist Bischof erstmal außen vor. Vielleicht arbeitet man hier nochmal mit einer Laie. Solange Kramaric spielt, sieht hier Bischof kein Land. Kramaric, aufgrund der Systematik, er könnte auch zentraler Offensiv-Mittelfeldspieler sein. Also hat er auch gespielt, mal hinter den Spitzen. Und dann könnten vorne die beiden Jungs hier wirbeln. Das sind Bebu und Mergim Birisha. Wir haben es aber erstmal so mit dem 3-4-2-1. Dann wären Kramaric über halb links. Und dann wäre halb rechts, wäre dann Bebu. Und vorne wäre Mergim Birisha, der Stoßstürmer. Ich gehe hier nochmal kurz die Prozente durch. Also Kramaric, den wir eigentlich 100% gesetzt. Der sollte safe sein. Ist auch die Lebensversicherung von Hoffenheim. Dann haben wir, aufgrund des Maxi-Bayer-Abgangs dürfte Bebu dann auch gesetzt sein. Haben wir jetzt mal mit 90%. Der hat auch in der Vorbereitung keine Konkurrenz. Und ganz vorne Mittelstürmer Mergim Birisha. Er aktuell laboriert er noch an den Folgen seines Kreuzbandrisses. Aber wir erwarten ihn eigentlich zeitnah zurück. Und er wäre dann auch vielleicht sogar schon eine Option für den Saisonstart. Und ja, hier müsste man aber am besten nochmal was machen. Wir sehen Birisha, 80% auf jeden Fall in der Startelf. Ja, Max Mörr steht. Steht dann hinten an. Der kitzelt eigentlich auch schon am Stammplatz. 20-30% könnte sich eventuell hier echt, wenn Birisha noch nicht fit wird, könnte auch er sich schon Hoffnung machen auf einen Startplatz und auf seine Einsätze kommen. Wir gehen mal zu den Standardschützen. Ja, One-Man-Show. Kramaric all the way. It's Croatia, 12 Points. Er muss es dann auch machen. Und er ist halt auch ein sehr, sehr guter Standardschütze. Also hier könnte auch der eine oder andere Assist oder das eine oder andere Tor rausspringen. Wir gehen mal weiter zum Auftaktprogramm. Starten gegen Kiel zu Hause. Da gibt es einen Dreier. Dann sind wir in Frankfurt zu Gast. Da gibt es 0 Punkte. Leverkusen zu Hause hat man letztes Jahr ganz gut ausgesehen. Gerade zu Hause hat man denen da auch was abgeluchst. Ich sehe hier aber trotzdem natürlich Leverkusen vorne. Deswegen gibt es auch 0 Punkte. Dann Union. Da rechne ich mal mit dem Unentschieden. Und Bremen Sieg gibt es zu Hause. Dann sind wir bei 7 Punkten. Und dann bist du im Liga Mittelfeld. Und damit ganz schnell in die Prognose rein. Und da fangen wir mal an mit den Mutmachern. Gemi vor. Das ist die Achse der Topspieler. Das ist für mich Baumann, Grillo, Stachy und Kramer. Das sind hier absolute Topspieler. Die hat man im Kader behalten. Und die werden auch den Unterschied machen für alle Hoffenheimer. Dann haben wir die Hoffenheims Akademie. Da werden gerade richtig geile Spieler ausgebildet. Wir haben Max Mürstedt gehört. Wir haben Drechsler, der hier wirklich am Stammplatz den zementiert. Dann haben wir noch Tohumshu und Bischof. Auch das sind spannende Jungs. Erweiterter Kader. Auch sogar noch mit Becker und mit Dahmer. Das ist hier schon ein richtiger Talentschuppen. Richtig, richtig gut. Und Offensivplan des Trainers. Auch der funktioniert. Ist gehobene Klasse. Haben wir den bewertet. Der Liga. Was läuft denn nicht so gut? Die Problemzonen. Schauen wir uns auch mal an. Wir haben den Key-Abgang natürlich mit Bayer. Wie wird der ersetzt? Gerade jetzt auch in dem Konterspiel wird das weiterhin so effizient gestaltet werden. Und wer macht da die Tore? Ist es vielleicht aber auch eine Chance? Vielleicht für einen Mergin Birischer, dass der sich dann auch einschaltet vorne? Ist ein Fragezeichen. Dann haben wir aktuell die Umstrukturierung der Klubführung. Also das ist jetzt gerade wirklich ganz schön schwer. Neben dem Sportgeschäftsführer Alexander Rosen mussten auch Jan Mayer und Danny Strich ihre Posten streichen. Mit Bastian Huber und Piermin Schwegler sind auch weitere Jungs aus der sportlichen Führung nicht mehr im Amt. Deswegen hier ist gerade vieles im Umbruch. Und hier muss man aber auch schnell agieren, um dann auch so eine zentrale Gradlinigkeit zu installieren. Dass die Jungs in der Mannschaft auch safe wissen, okay, hier geht alles in eine Richtung. Und die ist positiv. Defensive Stabilität, auch hier brauchen wir eine positive Richtung. 66 Gegentore, das waren einfach zu viele. Und ja, hier sollte man auf jeden Fall nochmal die Mechanismen einstudieren. Gerade auch wenn der IV dann kommt. Auch hier fehlt noch der perfekte Abwehrspieler Amel Bella Kocab. Ich bin gespannt, ob er wirklich kommt. Und er würde vielleicht ein Difference Maker werden für die Hoffenheimer. Difference Maker vielleicht auch im Club Rating. Let's see. Wir haben die Top 11. Drei Sterne gebe ich hier. Finde ich eigentlich solide. Wie gesagt, hier fehlt der IV. Und dann muss man auch sehen, wie sich die Jungen wilden machen. Wie sich ein Drechsler entwickelt, muss man sehen. Das sind alles offene Variablen. Wir haben den Trainer. Auch da wirklich gehobene Klasse. Ich finde, der hat das jetzt einen richtig guten Konterstiefel installiert. Dadurch, dass der beste Konterspieler jetzt aber geht, bin ich gespannt, wie da sein Plan B ausschaut. Dann haben wir den Kader. Da gebe ich aktuell drei Sterne. Der Kader Breite ist auf jeden Fall ein Thema. Hier sind jetzt echt gute Jungs gegangen. Auch ein Wout Weghorst vorne und auch ein Brooks. Die musst du halt auch erstmal ersetzen. Und jetzt ist Prass gekommen. Gerade mit gut Brun Larsen hast du mit dabei. Und generell muss hier aber noch ein bisschen was in die Breite reinfließen. Und Verein, da habe ich mir den Zuschauerschnitt angeguckt. Da geben wir mal zwei Sterne. Ja, die sind da viertletzter. Da passen, ich glaube, ein bisschen mehr als 30.000 in die Pre-Zero Arena. Da sollte man doch noch mal ein paar Eintrittskarten an den Mann bringen. Und dann gehen wir mal weiter. Ich ranke Hoffenheim geht für mich auf Platz 11. Vorausgesetzt, da kommt ein starker EV. Ansonsten sehe ich hier auch noch eine richtige Abrutschgefahr. Und damit kommen wir mal zu meinem Unterschiedsspieler. Und das ist das Defensivmonster. Der Stachosaurus. Anton Stach. Abgefangene Bälle. Die 1 der Liga. Dann haben wir die Balleroberung. Da ist er 8. Was da auch reinspielt, ist die physische Power. Er bringt 1,94 mit und ist 86 Kilo schwer. Also das ist schon so in diesem Kleindienstregal. Luftkämpfe ist er Platz 20. Und eine Zweikampfquote. Der ist auch sehr stark unterwegs. Da ist er ligaweit die 26. Und das als defensiver Mittelfeldspieler dürfen wir gar nicht vergessen. Und als Abwehrspieler IV würde das vielleicht noch viel krasser aussehen. Also hier sind wirklich alle Türen offen nach oben. Ich bin hier ganz gespannt, wo der sich noch hinschraubt. Und ob der wirklich als IV dann eingesetzt wird. Das kann richtig krass werden. Und dann sehe ich ihn auf jeden Fall als Herz des Teams. Gerade wenn er auf dem Platz steht, dann hat Hoffenheim noch besseren Zugriff im Spiel. Und ich habe hier noch einen zweiten Gamechanger. Den schüttel ich noch aus dem Ärmel. Das ist Variante teuer. Kramaric. Der nimmt alle Standards. Hat dadurch immer diese Torgefahr. Letzte Saison Scoringmeister auch gewesen mit 15 Toren und 6 Assists. Also wirklich auf den kann man gar nicht verzichten. Gerade in Hoffenheim. Der ist 33 und der ist immer noch so spritzig. Und er ist der Anführer. Seit 2016 ist er im Team. 115 Bundesligatore. Und auch dank ihm durfte die TSG immer mal in Europa schnuppern. Ihr Lieben, ihr habt hier schon meine beiden Unterschiedsspieler. Habt ihr schon gesehen. In den Shownotes, da ist die Redaktion am Start. Die hat da mal ihre heißen Picks rausgearbeitet. Und da würde ich sagen, die variieren ganz schön von dem, was ich hier sehe. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Denn da gibt es auch wieder ein paar gute Spieler, die ihr auf dem Zettel haben solltet. Europa League. Da brauchst du auf jeden Fall eine hohe Kaderbreite. Denn das wird sehr intensiv werden für die Hoffenheimer. Deswegen, wir rechnen hier auf jeden Fall noch mit neuen Spielern. Vielleicht ist es aber auch die Chance für die jungen Wilden. Und das ist die Überleitung. Denn wild war es auch mit unseren Teamchecks gestern. Da gab es die wilden Wölfe. Die haben wir hier. Und dann haben wir natürlich noch Gladbach. Die haben wir mal hier eingeblendet. Und da auch noch mal Buschis Borussia. Noch mal einen lieben Gruß rausgeschickt an den Boy. Der hat hier reacted. Mega geiles Video. Habe ich sehr gefeiert gestern. Liebe Grüße gehen da raus an unseren Gladbacher Kollegen. Und damit schnuppere ich jetzt mal ins Wochenende rein. Wünsche euch ein schönes und sag... Tschüss! Alles, was du brauchst, seit dem 99 auch fein. Das Stadion mit dir, wenn ich schweiß, schweiß, schweiß. Das Stadion mit dir, wenn ich schweiß, 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 schweiß.